Österreich bekommt erstmals eine türkis-grüne Regierung. Die Parteivorsitzenden von ÖVP und Grünen, Sebastian Kurz und Werner Kogler, gaben am Mittwochabend eine Einigung bekannt. Das Regierungsprogramm soll an diesem Donnerstagnachmittag vorgestellt werden. Diese Regierungsverhandlungen, so ehrlich muss ich sein, waren nicht einfach, weil die beiden Parteien in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben aber in einer respektvollen Art und Weise ein meiner Meinung nach exzellentes Ergebnis erzielen können. Wir haben uns im Klimaschutz möglicherweise weiter geeinigt, als man das vorher ahnen hätte können. Österreich soll zum europäischen und internationalen Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Parteibasis der Grünen am Freitag und Samstag soll die neue Regierung kommende Woche angelobt werden. Bereits an diesem Donnerstag sollen die Namen der Kabinettsmitglieder bekannt gegeben werden.